Hallo und herzlich willkommen in Brakel. Hier haben wir eine Erdgeschoss-Eigentumswohnung mit richtig tollen Garten, Wintergarten und ganz vielen anderen Dingen, die wir euch jetzt zeigen wollen. Wir fangen an mit Gäste-WC. Dann haben wir hier einen richtig großen Wurkenreich mit Kamin. Der besagte Wintergarten als Besonderheit ebenfalls mit Kamin ausgestattet. Übergang zum Garten, jetzt kommen wir in die Einbaumküche, eine weise Landhaus-Einbaumküche mit allen Elektrogeräten, die man so braucht. Und anschließend dann haben wir den Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinen am Schluss und Platz für Trockner und Gefrierschrank, was man so braucht. Dann haben wir hier einmal eine neue Gasterne, drei Schlafzimmer und ein Zeiglein, richtig tolles Schlafzimmer. Richtig toll sind jetzt auch die elektrischen Rollen. Die ganze Wohnung kann rollen, teilweise in Deutsch, teilweise manuell. Tja, und abends sitzt man dann hier in der Lounge und genießt die Sommernächte. Und wenn es jetzt ein bisschen kälter draußen wird, macht man hier einfach das Glasverdeck zu und hat einen schönen Wintergarten. Moin moin, gestern habt ihr die Wohnung in Bratel von innen gesehen und heute bin ich euer Pilot. Moin moin, gestern habt ihr die Wohnung in Bratel von innen gesehen.